Ahoi und hallo zu meinem kleinen 10-Abonnenten-Special. Ich weiß, 10 Abonnenten sind nicht viel, aber jeder fängt mal klein an. So, wir spielen jetzt mal ein kleines Indie-Game namens Ruzard Lizard. Schauen wir uns mal, was erwartet. Dieses wird ein Blind-Let's-Game. Ich sehe es zum ersten Mal und mal schauen. So, okay. Es gibt also nur 5 Charaktere. Schauen wir mal. So. So, bewegen mit VASD oder Gamepad. Okay. Ja, sieht nett aus. So. Space to Interact. Ah, Waga. You are just in time, my friend. I'm about to finish this magic potion. It will protect us from death. Okay. Will mich also vom Tod beschützen? Okay. Boah. Was, was weils kämpfen? Ah, wie geht das? Wie, was muss ich tun? Länger Powerwall. Klingert die Kraft zu uns ab. Bläst es euch durch? Oh, wie kann ich jetzt? Was, was, was? Was muss ich tun? Was muss ich? Okay. Es scheint also kein Nötter zu sein, der hier gewütet hat. So. Oh. Hold down our keys to attack. Ich kann nichts machen. Was, kann ich das nehmen? Ah. 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 Scheint also, sehr an, being on Isaac, sich zu orientieren. Was, was ja ein sehr geiles Game ist. Blum, 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 blum. Bläst es euch ruhig durch. So. Ah, wir haben eine, oh, wir haben eine Map. Das ist ja mal hervorragend. Speed, Magic, Armor, Attack, Health. Equipment. Kann man Equipment was gucken? Nein. Ach, das sieht man nicht drunter. Okay. Nichts im Inventar. So. Was willst du mir sagen? Ja. Okay. Gut, dann schauen wir mal, was uns erwartet. Okay, das sind ja wirklich... Boah, ziemlich viele Räume. Ziemlich große Räume. Kann ich hier was machen? Oh, du kannst die Fackeln kaputt machen. Pah, pah, pah. Das ist ein bisschen Action hier. Gib mir Gegner. Kommen hier auch mal Gegner oder... Muss ich hier bloß? Ist es wie eine Art Labyrinth, wo ich den Ausgang finden muss. Hm. Da ist ein Symbol an, aber kann man das irgendwie nehmen? Ah, geht kaputt. Geh mal hier rein. Was? Okay, okay. Wie Sie sehen, sehen Sie nix. Das ist ein bisschen Action hier. Artefekt, okay. Das... Ah, das ist unsere Waffe. Ja, jetzt sind wir einmal eine Runde rumgelaufen. Und... Ah, hier unten geht's. Was kommen wir hier hin? Ah. Ah. Okay. Story, und das sieht mich jetzt nicht so. Sondern ich möchte einfach nur spielen. Das war jetzt... Okay. Er hat gespeichert. Ja. Fleisch. Geld, Geld, Geld. Geld, Geld, Geld. Alles meins, alles meins. Bist du Gegner? Ah, du bist Gegner! Ja, geht kaputt. Oh, ah. Ah. Ah, Vogel! Ich bin kein guter Isaac-Gamer, also... Man verzeihe mir, wenn das mehr schlecht als recht ist. Ah. Aber nett gemacht, nett gemacht. Doch, doch. Muss man sagen. Sehr liebevoll gestaltet. Es ist etwas fröhlicher als Isaac. So. Da ist Wasser, oder? Oh, 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 oh. Ach, die anderen Fesse. Lassen wir jetzt mal. Müssen wir nicht alles kaputt machen. Was ist... Was ist das vor Licht? Doch. Ich geh mal da nicht hin. Ah! Zurück, 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 zurück. Ich möchte nicht gerne an die Lichter ran. Können wir da durch? Okay, wir können durch. Eine Truhe. Eine Truhe. Eine Truhe. Komm, was hast du? Was bist du? Was bist du? Was bist du? Geh wieder rein. Hast du nichts zu suchen. Scheint geht das nicht kaputt. Hm. Schauen wir mal, was ist hier. Oh Gott. Oh, 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 oh. Geh weg, geh weg, geh weg. Es ist auch... Ich finde, etwas langsamer als Isaac. Also Isaac geht bei weitem schneller. Was war denn das? Ah, geh weg, du. Oh, oh. Ganz knapp. Ganz knapp. Oh. Ein Shop. Hm, 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 hm. Ja, was bringt hier was? Ich würde sagen, wir brauchen mal noch ein bisschen. Hören uns an diesen dicken Sperr. Wir werden bestimmt auch Schaden machen. So, wie komme ich da rein? Wie komme ich hier rein? den schlüssel haben ich will den schlüssel haben also wenn das jemand schon mal gespielt hat und weiß was wir so machen kann noch also wie man zum beispiel die truhen öffnen kann dann schlüssel bekommt der kann es auch gerne in den kompens hinterlassen und anregungen hinterlassen ich überlege auch ob ich vielleicht als größeres display machen oder ob es als special bleibt beschauen wie es bei euch ankommen so okay weg 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 das sind so viele es sind so viele was tue ich lasst mich doch in ruhe kann man nichts dafür wenn ich so schlecht bin habe ich geld mit dem auch gott von dem geld kommen wir uns bestimmt den sperr holen stirb doch stirb doch und fall doch um oh gott gehen wir zurück in den shop das war ja schnell hoch es gibt mir diesen sperr oh ja so könnte man post kommen ich kann mal wissen wie so ein bosskampf hier aussieht mit diesem game das bestimmt hier sein 置igen weg 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 systems was jetzt dürfen noch mal ich dachte wir sind tot ich dachte wir retten dich wir retten ich glaube wir hätten dich da noch bist du lieb freund oder feind was mich gerettet hervorragend das ist unsere mission oder ich will nicht das zu enden ist so gott sehen die ganze geist scheint hier ein tag und nachtwechsel zu geben ihr seid zu mächtig für mich das war ja mehr als schlecht wir versuchen es noch mal kurz neu und schauen ob vielleicht noch was kommt für uns aha das war schlecht das war sehr sehr schlecht irgendwas anderes so aus wie eine gelbe tomate gerade ist das spiel schwer geh weg du wieso wirft eine pflanze totenköpfe was das sehr realistisch ja gut ist ein drachen der stadtfeuerspalt mit kleinen schlattern wirft aber naja oh gott ich ich wollte euch nicht stören macht ruhig weiter macht macht ruhig weiter das sieht sehr nett aus ahhh geh weg geh weg geh weg geh weg komm her du komm her ich mach dich kaputt first kill bad ah ok es ist gold geld ja das ist geld 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 alles meins alles meins alles meins ja mein kleiner judendrache nimm all das gold nimm all das gold jawoll oh gott stirb 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 sei tot sei tot ich sehe das immer gar nicht und da irgendwas kommt oh gott wie schlecht bin ich denn mal ich habe auch gar kein schlüssel und doch mit lehrtaste eine böse truhe direkt du böse truhe weg lass mich du kannst gestorben bleiben oh ein geheimnis ach das wir haben es geschafft ok damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet pilze 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 oh was machen die was können die was können die was können die was können die schnell sein naja schnell nicht aber grüner schleim ah geh weg uahhh kotz uahhh doh 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 uahhh 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 uuhhh heftig deftig klein und fein uahhh 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 Ist das ein schweres Game. Boah, ist ja ein Nest. Ah, hier ist wirklich ein Nest. Ah. Es geht gar nicht kaputt. Warum nicht? Wieso? Oh, das brauchen wir viele Schüsse. Holy moly. Ah, da soll es so gerne. So kann das öfters Game. Nu, nu, Stopp, Kartoffel. So, oh Gott. Dieses... Oh Gott, ich bin zu blöd. Ich bin einfach zu blöd für sowas. Oh Gott, ich laufe auch voll rein. Oh, na, das haben wir nie ein Ende. Oha, ausweichen. Ninja Reflexe. Eine tote Holzkatze könnte nicht schneller sein. Oha. Oh Gott. Ich dachte, das ist tot. Ah, ich dachte, das ist tot. Mag Monster. Ja. Ah, jetzt geht doch kaputt. Stirb doch du. Ah, nein, nein. Da sind wir wieder tot. Ah. Ah. Na gut, liebe Leute. Es ist ein nettes Game. Macht echt Laune. Und wenn ihr mehr von sehen wollt, schreibt es in den Kommentaren. Liked das Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.